Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Northern Tale 4. Willkommen im Level 31. Jetzt haben wir schon über die Hälfte des Games. Es wird auch immer schwieriger. Wo fangen wir an? Gleich Ressourcen hier, Clown. Was haben wir hier? Eine Farm, eine Mine, Winzelt. Okay, haben wir hier nix für Holz? Mine, Goldmine, viele Goldminen. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ich meine, sicher gefällt es mir, aber offensichtlich haben wir ein Holzproblem hier. Gut, wir nehmen jetzt einen zweiten auf jeden Fall mal. Die Zeit werden wir anhalten dann. Das können wir mal machen. Oh, da brauchen wir noch Holz, okay. Kannst du das nehmen? Noch immer nicht, okay. Nehmen wir mal das Gold. Das geht sich immer noch nicht aus. Da, ein Holz. Hier haben wir eine Holzmine. Gut, wir kriegen das anscheinend anders. Wir sollen die Tintenfische und die Polypenhühe vernichten. Okay. Aber mit Holz, wenn wir mal ein Problem kriegen, das sehe ich schon. Wir machen mal das weg. So, es geht ganz gut vorwärts. Holz braucht man. So, du nimmst das hier. Ich würde gerne das hier ausbauen, dann kriegen wir mehr Futter. Was haben wir hier? Druidenzelt. Goldmine, Goldmine. Und für Holz was. Okay. Gut, also wir nehmen drei Wikinger. Das geht am besten, würde ich sagen. Diese Holz-Dings da. Hier ist glaube ich auch noch Holz. Ne, das ist Gold. Aber okay, nehmen wir's. So, jetzt nimm' Holz und dann werden wir hier mal ausbauen. Drei sind auf jeden Fall nötig, würde ich mal sagen. Hier haben wir schon den ersten Tintenfisch. Wir werden das Essen ausbauen. Das muss weg hier. Das erste Holz haben wir schon verbraucht. Was ist hier? Wolke der Dunkelheit. 5, 3. Okay, das geht sich aus. Ah, da brauchen wir den Druiden-Kacke. Das macht dieser Tintenfisch, glaube ich, ne? Wir brauchen jedenfalls mehr Holz, Leute. Sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Hier hinten haben wir noch Holz. Das werden wir einkassieren. Mit Holz haben wir wirklich ein Problem. Definitiv, das ist kacke. Wo komme ich denn hier hin? Fels? Den Druiden brauchen wir, Leute. Jetzt kann man machen, jawohl. Weil wir müssen hier durch. Dann kriegen wir hier zumindest ein Holzzimmer. Zeit anhalten. Hat man total vergessen. So, jetzt können wir das hier weg. Jawohl. Und hier wird jetzt einkassiert. Jawohl. Sodass wir die Ressourcen immer schön kriegen, Leute. Den dritten, das sparen wir uns. Wir machen mal das da weg. Da musst du irgendwo hingehen. Wo geht's durch dieses Loch? Ah, da rüber. Okay. Hier ist noch ein Druiden-Zelt. Das ist für die Kimpf okay. So, jetzt nimm das da. Da ist Holz. Du nimmst das da. So, Holz. Sind Wertewege. Hier ist eine Holzmine. Hier ist eine Goldmine. Wir nehmen zuerst mal das da. Gut, für das brauchen wir kein Holz. Nur für die Gebäude. Also von daher ist es okay. So, jetzt nimm mal das. Dann nimmt das jemand. Und wir brauchen schon wieder Holz ohne Ende. Oh, Leute. Was wir Holz brauchen. Goldmine, Goldmine. So mit dem Holz haben wir es nicht so wirklich jetzt. Hier haben wir eine Holzmine. Die letzte. So, Zeit anhalten. Also ich denke, zwei Sterne sollten drin sein, Leute. Nein, vermutlich nicht. So, das weg. Das hier. Hier gibt's noch was. Das ist ein weiter Weg. Immer hier raufziehen. Das braucht schon lange. So, ich nehme das Futter. Das hier kann man mal weg. Wir machen mal die Goldmine. Wir nehmen das Gold. Und ihr haut jetzt mal den Turbo rein. Weil ich schlafe hier schon ein. Lauft mal. Das nehmt ihr. Holz kann einer nehmen. So, jetzt rennen sie schön. Jawohl. So, dann fangen wir mal an hier zu entfernen. Die nächste Wolke. Das kann weg. So, ein bisschen speediger, Jungs. Muss echt zackig gehen. Holz bräuchte ich. Holz. Hier haben wir Holz. Hier haben wir Futter. Also, Essen haben wir genug. Das ist nicht das Problem. Aber wir brauchen noch nachher viel mehr. Das weiß ich auch. So, wir nehmen den da. Repariert das Druidenzelt. Okay, das da. Hier gibt's Gold. Den können wir weg. Da brauche ich das Druidenzelt vorher. Turbo rein, bitte, Jungs. So, jetzt aber den weg. Du holst Gold. Hier gibt's was. Turbo rein, Turbo rein, Turbo rein, Leute. Okay, gell. Den möchte ich auch weg. Das möchte ich weg. Ich möchte viel weg, aber mir fehlt Gold. Butter. Hier bringe ich mal Gold. So, jetzt nimmt das einer. Das kann man weg. Turbo rein, Turbo rein, Turbo rein, Turbo rein. Das kann jemand nehmen. Da brauchen wir nun wesentlich mehr Gold. So, wir kommen gut voran. Für drei Sterne weiß ich nicht, ob's reicht. Es ist durchaus möglich, Leute. Es ist durchaus möglich. Gold, Gold, Gold. So, Turbo. Futter nimmst du. Den hier weg. Können wir den auch hier? Nein, dazu brauchen wir Gold, Gold, Gold. Wo kriegen wir denn das Gold hier? Hier haben wir Gold. Hier haben wir eine Goldmine. Jawohl, jawohl, jawohl. So, jetzt können wir den da weg. Es geht voran, Leute. Viel fehlt nicht mehr. Die beiden da noch. Und wir haben's. So, Holz noch. Ja, wir looken immer into it. Das wissen wir da. So, nimm Gold. Und möglichst mit Turbo, gell? Essen brauchen wir auch. Das können wir ruhig nehmen. So, der kann jetzt langsam mal weg. Aber da brauchen wir noch ein Gold. So, du nimmst das hier. Das hier. Da ist auch noch was. Gold, 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 Leute. So, du nimmst das hier. Der kann weg. Jetzt fehlt mir nur noch der. Sechs Gold, Leute. Das heißt, sobald die beiden zurück sind, können wir sofort den machen. Und es sieht nach drei Sternen aus. Es sieht nach drei Sternen aus. Es stinkt richtig nach drei Sternen, Leute. So, komm. Jawohl. So, haben wir alles. Der letzte. Und wir haben original drei Sternen. Nice one. Also zumindest hoffe ich, dass wir drei kriegen. Aber ich glaube schon, die Zeit haben wir erfüllt. Jawohl. Drei Sterne. Nice one. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's play. Tschüss.